Ripp eure Ohren. Hey du Frechdachs, was dingerst du denn so? Hey, geht's noch? Hast du Mut gefressen? Ah ne, das wäre anders. Das Noob-Bike kommen! Aber wenigstens was zu rupfen hier. Wie viel frisst der denn, mein Gott? So viel wie seine Mama im Bett. Ja, nein, ich meine, rede ja vom Fressen, nicht schlucken. Ey, die Bullen haben aber alles versaut. Sie haben einfach alles versaut! Ich will ihn messern, einfach so. Ich hab Bock drauf. Ich wollte hier mal ein Snapper-Battle und da kommt dieser L. Davies. Es kommen alle aus der Ecke gekrochen, weil ich am fighten bin. Die, die fucking Erre! Ja, ja. 15 Leute haben wir noch, dann lass uns doch mal die Lobby leer machen. Ja, lass es platt machen, einfach Lobby rasieren. Ich hol mir jetzt eine schwerere Geschütze. Wir gucken einfach mal, ob man die Lobby... Wir nennen das Video so, kann man auf der PS5-Version eine Lobby leer machen. Ja, echt so? Komm her! Yeah! Ich geb dir jetzt! Komm her! Yeah! Lässig! Lässig! Das ist GTA! Wer hat sie Bandito sitzen und ein Noob-Bike rumfliegen und Leute töten. Das ist GTA! Echt so? Was hast du denn jetzt geholt? Äh, ein anderer Noob-Biker auf dem MK1-Noob-Biker. Nee, ich meine, was du jetzt gerade hast. Ah, ich hab ein Noob-Bike noch. Ach so, okay. Ja, ich hab die ganzen Leute abgefuckt mit einem Noob-Bike jetzt. Einfach so. Okay, einfach so. Weil ich's kann. Weil ich auch mal so spielen wollte wie die anderen. The Wolf Gaming wird jetzt hops genommen. Du wirst jetzt hier rausgemobbt. Einfach so. Weil das meine Lobby ist. Ups. Ja. Die andere frisst einfach mal einen Headshot. Das hatte ich eben auch. Die hat einen Headshot, aber richtig in your face, Alter. Und die steht immer noch und schießt noch eine Rakete. Das Game ist so. Krippel, Krippel, Krippel. Ich will die Lobby leerräumen. Ja, das machen wir jetzt. Aber wahrscheinlich ist es doch meistens so, wenn du Leute am Leer... Also, wenn du die Lobby am Leerräumen bist, währenddessen kommen immer wieder neue Spieler rein. Und du kriegst irgendwie nie Lobby leer. Ja, das war auf der PS4 war es ja so. Sonst haben wir ja immer in den Livestreams die Lobby leer gemacht. Ich weiß. Wir gucken jetzt einfach mal, ob das hier möglich ist. Weil bis jetzt sind keine neuen mehr reingekommen. Es sind 15 Leute. Am Anfang waren es 21. Ja, ich nehme mir die Lilanen vor. Gut. Einen Lilanen habe ich hier. Er erinnert nicht. Gut. Er möchte spielen. Ich möchte nur spielen. Oh. Oh. Ich tue doch nichts. Boah, wie ich das Lied Gast habe, wenn es im Radio gekommen ist. Ist so, ist so. Boah, ich will doch nur spielen. Ist eins der schlimmsten Lieder gewesen, die jemals irgendwo aus irgendeinem Mund rausgekommen sind. Ich tue doch nichts. Wir haben Laser in der Luft. Ach, das kann eh nichts. Ich glaube es auch. Ich muss mir jetzt auch was Fliegendes holen. Ich habe da keinen Bock, den Leuten hier hinterher zu rennen. Ich hole mir was Fliegendes. Ich habe mir auch gerade einen Buzzard geholt, aber ja. Ah, Laser. Ja, der Lila kommt zu mir. Der will mich aufhaken. Der hat gesehen, dass ich seinen Kumpel abgefuckt habe. Hallo, Motherfucker. Ey, du blödes Handy. Jetzt hat es Handy reingeschissen. Das ist jetzt unsere Lobby. Ja, komm her. Das ist dummer Handy, ey. Ich hätte den schön runterrotzen können mit dieser RPG. Irgendwie, das Handy hat mich voll irgendwie... Irgendwie, wie sagt man? Ja. Abgelenkt. 14 Leute nur noch. Wir werden euch alle rippen. Wo bist du denn gerade? Oh. Hallo. Okay. Oh mein Gott. Spawnpunkt im... Spawnpunkt in der Hosentasche. Ich will doch nur spielen. Oh. Ich tue doch nichts. Jetzt nehmen sie einen Tor... Äh, nicht einen Torader. Wie heißt das? Sparrow. 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 Jetzt wollen sie mich mit dem abpacken. Oh ja, sie schießen schon. Skill aus dem... Ja, genau. Huiuiuiuiui. Ja. Komm. Komm da jetzt. Das tut einfach die Autor eben so. Hier. Der kann nicht mal fliegen. Haha. Gibt's mal eine. Wie fliegst du denn? Ach du Scheiße. Haha. Ey, ich wollte den eigentlich raussnipen, aber so wie der geflogen ist... Ey, ey, der kann es schon sehen. Der hat sein Fahrzeug hier gar nicht unter Kontrolle. Wo ist denn sein Kumpel eigentlich? Keine Ahnung. Was? Ey, wieso sind die Leute nicht One-Shot, ey? Ich check's auch nicht. Jetzt hab ich das so schön, 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 schönen Draggy gemacht. Okay, der war auch schön. Free Zero. Cry. Ha. Vielleicht sollten wir mal... Vielleicht sollten wir mal unsere... Sniper nochmal entrüsten und nochmal zur MK2 aufrüsten oder so. Keine Ahnung. Ja, warte mal schon. Aua. Ah. Ich baue irgendwann neue Kopfhörer. Aua. Diese scheiß Stöpsel, die blöden... Was sind das, äh, was sind das für Kopfhörer voll die tollen Kopfhörer, die, ähm... Passt drauf. Sennheiser. Nee, Sennheiser. Sennheiser, ja. Sennheiser. Ey, wenn ich das Headset darüber anhabe, ey, es drückt mir so in das Ohr, ja. Das tut so weh. Achso, du meinst diese, die, äh, anderen... Die Stöpsel, ja, ja, die Stöpsel. Ja, ja, ja. Wie er mit RPG rumswettet und nicht trifft. Mann, O-Meter, du gibst dir dein Bestes. 13 Leute, ja, bitte, geh auch raus. Ich will die Lobby für mich alleine haben und dann will ich hier nackt rumtanzen. Hm. Weiß ich nicht, Digga. Also, weiß ich nicht, muss das? Ja, ich will nackt. Gut, wenn du den Typen hast, dann suche ich mir die Nächsten. Mach das. Ja, such dir schon mal den Nächsten. Den, ne, hab ich schon... Ja, ja. Ja, das schimmelt irgendwo in seinem... Schimmel doch nicht so. Hey, jetzt kommt doch mit Metamizer, ey. 13 Leute nur noch. Jaja, hab ich ja vorhin gesagt. Nee, du hast 14 gesagt. Ich hab 13 gesagt. Achso. Ich hab gemeint. Nee, nein, es waren eben noch 14, ja. Aber ich hab vorhin schon gesagt, dass sie weg sind, dass 13 da sind, aber ja, egal. Ähm, geh zu jemanden suchen. Ich, äh, mach den platt. Hauptsache, die Leute verlassen. Also, es wird so lange gemobbt, bis die Leute die Lobby verlassen. Und wenn der eine im Apartment immer noch rumsitzt, wurden wir ihn raus. Einfach so, dass wir die Lobby für uns haben. Das ist unsere GTA Online Session. Ja. Wir wollen nachher ja Geld grinden, weißt du? Ja. Ja, ganz sicher. Ja. 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 Oh, ja. Ich bin so toll. Ja. Ja. Ja, erstmal für dich. Ich konnte nicht widerstehen. Komm jetzt, du Eckenschimmler. Komm, du Eckengammler. Jetzt kommt er mit einem Auto. Und schießt Haftbomben. Aber das war ein guter Move. Er hat mich wenigstens einmal bekommen, ey. Okay. Zwölf Leute nur noch. El Nino hat Geisterorganisation gestartet, der Pinke. Ja, ja. Ich weiß. Ich bin gerade mit ihm beschäftigt. Ich weiß aber, wer ist. Weißt du, wie spät mir das angezeigt wird? Ich habe schon gesehen, dass er verschwunden ist. Elf Leute! Ja. Elf Leute nur noch. Ich habe schon gesehen auf der Map, dass er verschwunden ist. Aber wie spät mir das einfach angezeigt wurde. Ja, das ist dumm. Die Leute haben jetzt einen Hörschaden, weil ich so geschrien habe. Ach du, ich schreie jetzt noch. Es schreie ich nochmal. Ripp eure Ohren. Oh. Hey, du Frechdachs. Was Ding hast du denn so? Hey! Geht's noch? Hast du Mut gefressen? Ach nee, das wäre anders. Das Noob-Bike gekommen! Das Noob-Bike gekommen! Gut, dich holen wir gleich. Willst du dem Noob helfen, dem armen Noob? No. Fühlst du dich jetzt gut auf dem Noob-Bike? Hast du es gerissen, ne? Hast du es gerissen, ja. Ich glaube, der hat dasselbe vor wie wir. Der kommt gerade zu mir geschwört. Ja, ja. Ach nee, der hat doch mitbekommen, dass wir Leute abfacken. Jetzt will er uns abfacken. Aber jetzt hat er sich wieder mal einen Falschen ans Bein gepisst. Man muss schon was können, wenn man mich angreift. Jetzt siehst du, so kassier ich voll. Er kommt wieder. Er ist abgesprungen. Was ein Duli. Er ist gestorben. So, ich gebe dir jetzt am Boden. Ich weiß nicht, wo der Lila jetzt hin ist. Der hat sich gerade irgendwie aus dem Staub gemacht. Zwölf Leute sind es wieder. Eben waren es noch elf. Hm, ja. Sag ja. Der Lila kommt zu dir. Ja, soll er doch. Der kann eh nichts. Hast du gesehen, wie der geflogen ist? Da habe ich mir in der Arsche abgelacht. Der andere wird jetzt mit RPG hier warten. Warte mal. Irgendwas hat gerade bei mir geboostet. Wo ist er denn? Packen die sich jetzt gerade gegenseitig ab, oder was? Ich weiß es nicht. Nee, El Nino ist auf dem Lootbike. Vorsicht. Ah, so ein Wider. Ja, da ist er. Hä? Der hat hier einen Luftschlag gemacht. Ist der geistig behindert? Ja. Ja. Scheinbar. Das kann ich ja mal einblenden dann. Ja, echt so. I'm normal. Me too. Me too. I'm normal. Me too. Bullen! Bullen, hört auf, bitte. Ja, weißt du, du bist im Fight, Alter. Alle. Bisschen am Arbeiten, ne? Bisschen am Arbeiten, ne? Bin arbeitslos. Oh, wie hat er auf dem Lootbike schwitzt, Alter. El Nino. Du wirst jetzt so sterben, das sag ich dir. Aber das Gute ist, alle, die wirklich jetzt irgendwie aktiv sind, haben wir jetzt alle auf einem Haufen. Ja, jetzt kann man auch fighten. Wir haben irgendeinen Fight angezettelt oder so. Aber wenigstens was zu rupfen hier. Wie viel frisst der denn, mein Gott? So viel wie seine Mama im Bett. Ups. Echt so. Ja, nein, ich meine, du redest ja vom Fressen, nicht schlucken. Ne. Gib ihm. Ah, ja! Da! 1-0, du Hu. Jetzt holen wir ihn uns. Du Hu. Du bist so asozial. Du bist eine Hartz-IV-Empfängerin. Du trinkst, du bist alkoholsüchtig. Du trinkst Alkohol. Du bist ein Alki. Vorsicht, da hat sich einer als MC-Präsident registriert. Jo. Warte mal. Warum? Die töten sich jetzt auch gegenseitig, oder was? Ich checke es vielleicht nicht. Keine Ahnung. Hier geht es einfach rund. Mal wollen! Mal wollen! Gut. Fight in der Stadt. 15 Leute sind es wieder. Fuck. Ja, ich sag's ja. Die Lobby kriegst du nicht leer. Ich glaub auch nicht. Wo sitzt denn der? Ach so. Ha! Du bist ja so ein Noob. Ah, die Bullen. Ich will doch nur spielen. Uhu. Uhu? Ich tu doch nichts. La, 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 la. La, 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 la. So, ich muss mal wieder schwere Geschütze hier. Sonst bist du ja ewig unterwegs. Ha, ich bin besser als du. Im Übrigen ist es immer noch so, dass wenn du dir ein Buzzard antwortest, hast du ja ab und zu mal unter der Laterne einfach spawnt. Ah, wie geil. Ja, ich bin gerade unter der Ampel gelandet. Ah, ist toll. Das heißt, bis du in der Luft bist, da ist der Buzzard schon am Rauchen. Geil. Du musst da irgendwie noch ein paar Einstellungen vornehmen dann. Er ändert nicht. Autohaim. Oh Gott! Ach! Ich bin ab zu spät gemerkt, ich bin so ein Dulli. Er frisst schon wieder zwei Hits. Ja, ja. Ich frisst jetzt einfach wieder BST. Ich freue mich da auf so geile Shots, Mann, und dann stirbt er nicht, ey. Panzer, Panzer, Panzer. Oh, dein Ernst. Ich schnapp dir eine Straßenkarre, mach dir fünf Haftbomben dran und dann gib ihm. Ja, stimmt so. Ich habe jetzt eh geghostet. Ich habe eh geghostet. Oder ich ziehe ihn einfach aus dem Panzer raus, das wäre ja lustig. Geht das? Ja, wenn er nicht abgeschlossen hat. Okay, versuch's. Ja, er ist leider ein bisschen schnell. Er hat es jetzt auf dem pinken abgesehen, warte mal. Ich brauche Speedrun. Nein, er fährt wieder weg. Ach, Mann. Das war so eine geile Stelle, vorhin einfach aus dem Panzer rauszuziehen. Ach, der Urn kommt zu dir. Als auf dich abzusehen. Jetzt ruf doch nicht an! Oh, mein Gott. Dieses Spiel, ne? Er ruft auch immer in den besten Situationen, Mann. Ich will einsteigen! Hey! Du Bulle, Mann! Was ist das denn? Der Panzer ist gerade durch die Luft geflogen. Hast du das gesehen? Nein! Ey, die Bullen haben aber alles versaut. Sie haben einfach alles versaut! Es sind zwei Panzer da. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bestelle einen Noob bei. Dann ist Panzergeschichte vorbei. Ja gut, der andere hat halt keinen Bock, mit dem Panzer abgefuckt zu werden. Deswegen hat er sich jetzt auch einen geholt. Ja, ist mir egal. Kann man schon verstehen. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Das sind doch Oppressor-Freaks. Also warum bestellen sie sich nicht einen Oppressor? Dieser El Nino da. Der hat mich da um in den Noob bei getötet. Nein! Ich war gerade vor ihm. Entschuldige. Schade. Ist mir egal. Egal. 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 Ist mir egal. Was macht denn mein Charakter? Ey, wenn du jemand messern willst, der Charakter ist einfach zu dumm dazu. Er hat, er hat, er hat, er hat, mein Charakter hat mit seinen Scheißdingen, hat er rumgefuchtelt mit seinem Scheißmesser. Ähm, und der andere hat sich dann in die Luft gejagt. Und mich mitgerissen. Der Panzer, Panzer, Panzer. Er steigt schon wieder in den Panzer. Mann, ich wollte ihn jetzt messern. Warte, ich jag den Panzer mal in die Luft. Ballistische, äh, ballistische Panzer. Äh, ja. Die ziehen sich jetzt alles aus dem Arsch. Kann das sein? Nein, ja. Äh, Panzer ist kaputt. Gut. Gut. Mit den anderen Messern. Ich leuchte ja auch so, so schwarzes anziehen. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich will ihn messern, einfach so. Ich hab Bock drauf. Also diese Renderdistanz, ne? Game ist halt. Jetzt steigt da dein Heli rein. Nein. Du, Big. Ich wollte dich messern, Mann. Du, Huhu. Jemand hat gekostet. Ja, der Lila, ne? Der im Heli. Ah, die Leute, die werden hier nie weggehen aus der Lobby. Ich seh ihn aber im Heli. Oh Gott, wie der fliegt. Oh mein Gott. Ja, ich sag's ja. Der kann da gar nichts. Hallo. Haben sie einen knackigen Popo? Ist hier ein knackiger Popo? Ich hab Bullen, Bullen, Bullen. Hallo. Ich müsste mich mal sprengen. Wegen Bullen. Ja, und? Pautsch. Oskar Weilbaum hat sich als CEO registriert. Deutscher. Aha. Der kennt uns vielleicht. Glaube ich nicht. Der mag Bäume. Ist ein Naturliebhaber. Hat auch gerade geghostet. Ja, ja. Mir sagt irgendwas mit Baum. Pass auf. Ja, komm, dann lass uns mal erzählen, Dito, gehen. El Davies. Warte. Wo war El Davies? Hirazzo. El Nino. Einer macht Verkäufe. El Davies ist, äh, El Davies bei Meriweather Gebäude. Unten am Airport. Weißt du? Ah. Ey, ein Laser startet unten am Flughafen. Hab ich auch schon gesehen. Ey. Der eine hat das, äh, Lobby verlassen. Pussy. Gut. Dann geh ich jetzt mal auf die Ballistische. Ja, ich hab ihn grad noch mit dem RC Bandit nur ein bisschen gesprengt. Ich seh's. Bist du ein Minipanzer? Nee. Okay. Wir haben hier ein Minipanzer. Dann war das dieser Ghost, äh, Typie da. Kann sein, ja. Ja, ja. Ich seh den Minipanzer schon. Ich bin mit dem RC Bandit hinter ihm. Vorsicht. Er bin schon weg. Was spawne ich denn diesen Drickspark jedes Mal? GTA, Mann. Also dieser, äh, Baumtypie ist, äh, keine Gefahr, ne? Hm. Ähm, das ist gut. Ist mir egal. Egal. Ach, schade. GTA sind trotz. So langweilig. Ich hab diesen Ghost-Typie leider, leider nicht bekommen. Ich hab mich neben ihm gesprengt. Der andere Typ hat ihm schon zugesetzt. Äh. Ja. B11 startet. Oh. Jetzt wird's ja richtig interessant. Der Gelbe. Der Gelbe. Okay. Der Gelbe ist neu. Der hat's noch nicht eingemischt bis jetzt. Und ich bin, äh, in einem Buzzer. Na super. Was ist denn? Ja, kannst du trotzdem holen. Trotzdem holen. Mit dieser Panzerung. Ah, jetzt bin ich auf dem Golfplatz gespawnt. Dieser Oskar, weil Baum fad diesen El Gavis unten ab, ne? Ach, man! Ich war jetzt so gut dran, man. Ich hab dem B11 richtig schade gegeben, man. Und dann kommt der Scheiss El Niño, man. Der verdammte E. Verdammt, meine Mann! Einmal du sagst! Einmal du sagst! Ich komm hier vom Golfplatz nicht runter. Boah, wie er raucht. Ich hätte dir mit dem Buzzard mit den MGs aus der Luft geholt. Balu, dreckiger. Dann hol ihn dir nochmal. Ja, ich kann kein Buzzard bestellen. Ich muss warten. Willst du meinen haben? Nee, bis ich bei dir bin, ist übermorgen. Der haut schon ab. Drecksgame, Alter. Kleiner... Der, äh, Mini-Panzer ist bei mir. Ey, wie ich das hasse, wenn du irgendwas konzentriert bist in irgendein so... Mann. Nein, wirklich, ey. Das wär jetzt so ein geiler Kill gewesen. Hab ich diesen Mini-Panzer am Arsch und komm hier nicht weg. Na, warte, du El Niño. Ich werde deine Mutter... Meine Hand. Ich bin richtig sauer gerade. Jetzt sitzt er mit einem Panzer! Das Game macht mich wahnsinnig. Schneller! Hier kommt ein Panzer, wenn es doch nicht gemerkt hat, GTA! Wie lange kann der eigentlich in seinem Mini-Panzer bleiben? Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich bin gerade bei meinem Apartment bis bald. Ich gucke mal, ob ich es so in der Garage habe. Vielleicht gibt es ja ja was Schönes. Schnell, schnell, schnell. Geil. Drei Deluxos zum Verkaufen und ein Fagi-Roller. Wohl, ich könnte den Deluxo nehmen und mir schnell... Ich bin in der Luft. Mit meinem Noob-Bike. Aber mein Noob-Bike brennt ein bisschen. Aber ist egal. Ja, jetzt wird es erstmal der scheiß Panzer doch gegönnt. Meint ihr den Mini-Panzer oder was? Nee, ein Panzer! Äh, ist jetzt weg? Ah, ist geboostet da oben. Hm. Meinst du, ich sehe dich nicht mit dem Panzer oder was? Trockel, Alter. Goosten wir auch wieder. Kann ich gerne für dich einrichten. Du holn es, fuck dich ab. Es ist mir ja... Schläft's. Ja, es schläft. Fast das Game. Elnino hat das Spiel verlassen. Ha! Pussy! Tschüss. Wo ist es der Bail-Freak? Ich habe da noch eine Rechnung offen. 13 Leute wieder nur. Hm. Ich glaube, ich hole mir mal eine Laser oder so. Vielleicht können wir damit ein bisschen schneller hier rasieren. Könntest du tun, ja? Aber, äh, Oppressor klebt mir am Hintern. Ja, und da hinten ist auch ein Oppressor. Warte, komm zu mir. Ich hole dir den schnell runter. Ich bin gerade am Noobbike. Ich sehe dich nicht auf der Map gerade. Oh, ja, ich bin unter dir. So, ich fliege in seine Richtung. Jetzt hole ich den. Okay, gut. Dann fliege ich mal geradeaus. Er ist abgesprungen. Ach, was haben die denn mit dir am Abspringen immer? Keine Ahnung. Aber es wird ihm nichts bringen, weil ich ihn jetzt hole. Ich glaube, die Party geht jetzt Richtung Airport da. An diesem Industriegebiet. Hm. Und herzueiern. Mit dem Laser wäre das ein Easy Clap. Ich weiß. Ich hatte keine Raketen mehr, Leute. Das war jetzt lustig. Geil. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Wieder einlagern. Jetzt hier Fight 3. Hei. Hei, ma, bei irgendwelchen Zäune und irgendwas vor der Fresse, du. Geh doch mal. Mir sind die Einstellungen einfach zu langsam, obwohl alles auf high ist. Ist einfach so. Ja. Das war auf der Playstation 4 besser. Kommt jetzt, kommt jetzt Richtung Stadt. Ja, ja. Ah, cool. Oh, dann gönne ich mir die bald. Er fliegt sehr hoch. Ich komme dann mit dem Buzzard nicht hinterher. Ah, ich komme auch. Ich habe Bock drauf. Ah, hätte dieser El Nini auch nicht reingeschissen, Alter. Das war immer dasselbe, ey. Hey, der in der B11, ne? Der kann ja gar nichts. Ich kriege ihn aber nicht, weil er ziemlich hoch fliegt. Komm mal weg da. E-SMS, E-SMS. Wo ist denn der? Von wo denn hinten vorne, Seite? Ah, der ist auf dem Boot. Oh, scheisse. Das war jetzt mein Fehler. Soll man ein Noob gekillt wurde. Ich habe gar nicht gecheckt, Mann. Ich dachte, der ist im Wasser. Und dann sehe ich ihn auf dem Boot. Und, äh, keine Ahnung. Ja, Snipe. Ich hole dich jetzt gerade, du langsamen Frosch, Alter. So, was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir jetzt mal bald zu Ende machen, weil sonst muss ich zwei Stunden wieder bearbeiten. Ja. Also, war heute nichts Besonderes. Also, es ist einfach das GTA-Leben. Einfach ein paar Leute abfacken. Und man kann, äh, man kann, äh, logischerweise nicht, äh, eine Lobby leerräumen. Es funktioniert leider nicht. Nicht mehr. Nicht mehr. Mach's da hinten auf. Okay. Was? Äh, nee, 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 nee. Sorry. Ich wollte nur einen Spruch machen. Aber ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nee, das kommt nicht gut. Ich kann's sensieren, sag's. Nee, nee. Ah, der snipet hier rum. Dankeschön für's Zusehen. Kommt auf Discord. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Verpistet. Ich muss den noch einmal, ich muss den einmal holen. Der spielt jetzt mit Thermal. Gehört dann, Olin. Ja, er spielt Headglitch und Thermal. Vielleicht soll ich da eine Rakete hinknallen, wollte ich gerade sagen. Muss auch einen anderen Helm anziehen. Hab jetzt hier Sniper-Battle. Mit Headglitch. Und hier ist Headglitch. Ja, muss er dann jetzt. Spielt so Thermal, so dreckig da hinten. Oh, ey. Ist irgendwie... Kommt mit dem Laufstil gar nicht klar. Jetzt kommt der B11 auf einmal. Mein Gott, ey. Spielt doch nicht da hinten. Headglitch die ganze Zeit. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir mit dir. Dein Headglitch nie. Jetzt kommt da der Nächste wieder. Hey, was... Habt ihr eigentlich irgendwie Mut gefressen? Oder was ist los? Was ist hier los? Ja. Ja. Nein, also... Nein. Ich bin schon längst weg, ne? Aufnahme ist noch am Laufen. Ja, der Oskar Walbaum, der will snipen. Jetzt bin ich hier ins Wasser gefallen. Muss hier erstmal sterben. Und hier mein Sniper-Battle. Und da kommt dieser L. Davies. Es kommen alle aus der Ecke gekrochen, weil ich am fighten bin. Stirb doch. Ja, stirb. Kannst nicht mal Evo machen in diesem Drecks-Game. Jungs, ich muss mich abmelden. Ich muss gleich zur Arbeit. Ach stimmt, ja. Ja, ich muss auch irgendwann arbeiten. Ja, ich hab... Du musst arbeiten, ne? Du musst arbeiten, ne? Ich muss nicht arbeiten, ne? Ich muss erst wieder am Sonntag arbeiten, ne? So könnte ich jetzt bitte mal sterben. Wow. Aber ich möchte gerne dann noch ein paar Mal kühlen. Und dann möchte ich die Aufnahme beenden, weil ich hab noch anderes zu tun. Ja. Genug rumgeschissen hier. Ah, jetzt kommt... Äh? Der andere ist im Deluxe, oh? Warte mal. Oh. Das geghostete... Hä? Was war das jetzt? Irgendwer war das? Wer schießt denn auf mich? Es sind zu viele Leute da. Ne Laser, ne grüßte Laser. Ist das... Ruf jetzt nicht an! Mein Gott. Schützen sie alle drei auf mich, oder was? Wie soll ich das verstehen? Scheiße. Ich hätte es nicht gedacht, dass er so schnell da vor die Ecke kommt. Wo ist denn der Laser? Der macht mich nervös. Nein. Sollte vielleicht eine andere LPG nehmen. Aber ich hasse was, wenn Leute hier schwitzen auf dem Dach, ey. Es gibt nichts Ekligeres. So, jetzt hole ich ihn aber. Nee. Gut, dann gehe ich vielleicht um das Haus. Oder ich weiß es auch nicht. Ui! Was zur Hölle ist das? Was war das vorhin? War er das mit der... Was ist denn zum Teufel? Was ist das? Ei, ei, ei. Ja komm, zeig dich. Ah, er ist das. Okay. Ich dachte schon, ey. Ich dachte, das ist ein Buzzer. Oder ein gekosteter Buzzer. Oder irgendein so ein Dreck. So, komm. Spielt da mit den... Mit Minigarn. Und der denkt jetzt, hat er Erfolg. Hast du nicht, mein Sohn. Hast du nicht. Weil ich passe mich dir an. Oh, nee. Tänzel doch nicht so. Hupsah. Weil fristen irgendwie alle Two-Shot. Haben die das irgendwie gepatcht? Ich habe keine Ahnung. Wer schießt denn da schon wieder? Aha. Der ist geghostet aber. Okay. Spiele ich einfach gegen drei Leute. Das ist schön. Komm her, du. Der andere ist wahrscheinlich wieder auf ein Noob-Bike gegangen und sucht sich jetzt einen anderen Ort. Da oben ist er. B11 ist auch da. Komm, 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 komm. Bullen. Jetzt hat er ihn. Ah. Oh, oh. Nein. Zu weit weg. Aber ich hole mir jetzt ein Noob-Bike und kill den anderen. Jetzt reicht es hier. Der andere immer noch Ghost. Sieht so aus. Jetzt fetzen die sich da voll. Ah, ist jetzt hier der Basis. Oh. Will er eine Orbi drücken. Soll er machen. So mad. Was für ein Sound-Bug. Ja, geh wieder auf dein Dach. Mach das. Genau. Okay. Ey. Da wird sich dem Hassel der Noob-Biker und ich kann mein Noob-Bike nicht bestellen. Was hat das für Sound-Bugs, dieses Drecks-Game? So, du Baum, Alter. Ah, nee, das war der andere. Voll der Sound-Bug. Voll der Sound-Bug. Ich komme darauf nicht klar. Das Game ist ja so ein Schrotthaufen. Der eine hat verlassen. Pussy. Der andere ist natürlich wieder auf dem Noob-Bike. Was ist denn? Da ist eine Straße. Dann lief es mir doch mal, du Drecks-Game. Was ist jetzt da wieder? Jetzt geht der wieder aufs Haus. Nee, nee. Da mach mal nicht nochmal was, was du da gemacht hast. Meinst du, ich mach das nochmal? Ja, Angst hat. Wie er auf Autohäumse wettet. Was ein Noob. Jetzt ist dein Noob-Bike da oben. Wie geil. Und jetzt? Hm? Sind wir auch mad? Er spawnt nicht. Hat das Spiel verlassen. Pussy. Ich wollte noch gucken, was er für eine KD hat. Aber, ähm, ja. Ähm, was ist mit dem? Den werde ich eigentlich noch einmal zurückkillen. Und da wollte ich hier verschwinden. Der hat sich hier vorhin so dreckig angeschlichen, als ich gefeitet habe. Hat er sich da so geghost angeschlichen, mich mit Auto-Aim irgendwo weggerotzt. Dieser Sound-Bug. Ja, ja. So, jetzt holen wir uns den Pinken. Ja, ich komme, mein Freund. Du kannst ruhig auf die Map gucken. Level 624. Du kannst ruhig auf die Map gucken. Ich gönne mir jetzt. Ja, Bullen. Werden bestechen geht nicht. Guckt immer noch auf die Map. Oder sitzt der jetzt im... Er sitzt im Wall-Breach, ja? Er sitzt im Wall-Breach. Er sitzt im Wall-Breach. Er sitzt im Wall-Breach. Ja, das würde dir nichts bringen, weil ich weiß, wo ich dich rausschießen muss. Musst du gucken, welches Haus das war. Was ist das da? Nein. Nee? Nein. Da war ich auch raus. Das geht nicht. Ja, okay. Ich dachte, aber das da... Ich gucke mal. Trotzdem. Nee. Ah, schnell. Es muss aber das sein. Ja, dachte ich auch. Ich höre dich sowieso nicht. Ich habe diese blöden Stöpsel in den Ohren. Schnell. Dann muss es das da sein. Also eins von den beiden muss es sein. Weiß ich nicht. Er sitzt auf jeden Fall im Wall-Breach. Ich höre dich. Welche Scheisse war das denn, Alter? Hast du jetzt schon einen Walbridge, oder? Warte mal. Warte, 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 warte. Er ist im Tunnel. Oder war der vorhin schon da? Ich habe sie gecheckt. Keine Ahnung, sehen wir den Aufnahmen. Haut ab. Wie kann man denn nur so verschimmeln? Wie kann man denn nur so verschimmeln? Evo, oder was? Schwitzest du so hart, Alter? Ist irgendetwas gekommen, oder? Zu dem Dauer Evo. Oder dem Ghost. Oh, ich habe keine Lust mehr. Besseres zu heute. Er hat sich weggeportet. Boah, du musst ja mega Angst halten. Meine Fresse, wie kann man mal schwitzen mit so einem reinen KB, Alter? Also jetzt sind wir Avenger. Ich kann jetzt aber schnell schauen, ja. Ob er fliegt, oder ob er hinter drin setzt. Einer fliege ich in der Kille. Obwohl, er fliegt. So ein Tabler. So. 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 Musik Musik